Für unsere Schüler in der musikalischen Früherziehung ein sehr schönes Bewegungslied zum Thema Zahlen und Rückwärtszählen. Ein altes Volkslied aus Ägypten heißt Zehn Kamele gehen und ich habe es gefunden in dem Buch Alte Kreisspiele neu entdeckt, Band 1 aus dem Herder Verlag. Und das geht so. Zehn Kamele gehen nach Alnanei. Zehn Kamele gehen nach Alnanei. Und wenn ein Kamel sich verknackst das Bein, dann gehen neun Kamele auf dem Weg allein. Und dann sind es später nur noch acht Kamele, sieben Kamele, sechs Kamele und so weiter. Viel Spaß.